Herzlich Willkommen in der Hellermann-Typen-Akademie. Mein Name ist Klaus Schuller. In dieser Folge wollen wir das neue Auto-Tool, das CPK Hybrid, vorstellen. An meiner Seite Jasmina, die Produktexpertin. Hallo Klaus, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und herzlich Willkommen an unsere Zuschauer. Genau vor zwei Jahren haben wir an dieser Stelle das Vorgängermodell, das Auto-Tool 2000 CPK, vorgestellt. Unsere Auto-Tools wurden dafür entwickelt, um Kabelbinder schneller und einfach anzubringen. Genau Klaus, viele Kunden sind bereits heute von unserem Auto-Tool überzeugt. Dennoch erreichten uns in den letzten Jahren immer wieder Anfragen nach einer portablen Version. Da wir auf unsere Kunden hören, haben wir unser bestehendes Auto-Tool weiterentwickelt. Wir freuen uns daher, Ihnen heute das CPK Hybrid vorstellen zu können. CPK Hybrid? Sind das zwei Tools in einem? Was kann das neue Tool, Jasmina? Klaus, das neue Tool ist ein multifunktionales Werkzeug. Dieses läuft entweder mit 220 Volt oder mit einem 18 Volt Akku. Wir sind somit unabhängig von einer Stromversorgung und können kabellos arbeiten. Klasse! Kann denn das neue Tool auch wirklich alles, was der Vorgänger schon konnte? Ja, Klaus. Weiterhin hat das Tool fünf Kraft- und drei Qualitätseinstellungen, die je nach Anwendung ausgewählt werden können. Die Kunden können es weiterhin in eine vollautomatisierte Produktionslinie integrieren und mit dem HT Data Management können Daten ausgewertet und Abwendungen überwacht werden. Das klingt richtig gut. Kannst du uns noch was zu dem Auto-Tool sagen? Wir haben den Handgriff auf den Akku angepasst und im Zuge dessen das Design des Tools modifiziert. Jetzt sind wir auch in der Lage, das Tool einfach auf die Werkbank abzustellen. Kann es denn genauso schnell abbinden wie der Vorgänger? Wir sind sogar noch schneller geworden, Klaus. Mit dem Vorgängermodell hatten wir eine Zykluszeit zwischen 0,8 und 1,2 Sekunden, je nach Einstellung der Qualitäts- und Kraftstufe. Mit dem neuen CPK-Hybrid haben wir in der maximalen Zykluszeit sogar Geschwindigkeiten von 0,65 Sekunden. Das hört sich toll an. Das möchte ich doch gleich mal ausprobieren. Wow, das ist wirklich schnell. Und ich bin viel flexibler. Ich kann an verschiedenen Positionen ganz einfach und schnell arbeiten. Ich mache mal ein bisschen Platz. Vielen Dank, Klaus. Noch ein kurzes Wort zum Akku. Hellermann-Tyton arbeitet mit einem 18-Volt-Metabo-Akku und ist CAS-Partner. CAS ist ein herstellerübergreifendes Akkupacksystem. Das bedeutet, dass mit einem Akku unterschiedliche Werkzeuge von unterschiedlichen Herstellern betrieben werden können. In seinem Sortiment bietet Hellermann-Tyton den Akku und das entsprechende Ladegerät an. Noch eine weitere Info ist, dass auf dem Display die Akkuladung zu erkennen ist, genauso wie auf dem Akku selbst. Ein weiterer Vorteil ist, dass mit einer Akkuladung bis zu 8.000 Abwendungen durchgeführt werden können. Und die Akkus laden besonders schnell. Schneller, leichter und flexibel. Und was hast du da noch Schönes? Ja, Klaus. Für ein neues Tool brauchen wir natürlich auch die richtige Verpackung. Ab jetzt wird das CPK-Hybrid in diesem neuen Koffer ausgeliefert. Gleich mal reinschauen. Was kann man da alles rein? Wie du siehst, bietet es Platz für das Tool, das Netzgerät, das Ladegerät und bis zu drei Akkus. Je nachdem, was die Anwendung erfordert. Das ist ja perfekt und richtig robust. Vielen Dank für die tollen Informationen. Sehr gerne, Klaus. Wenn Sie Interesse haben, das CPK-Hybrid unter realen Bedingungen zu testen, klicken Sie einfach auf den Link unten auf unsere Website und vereinbaren Sie einen Termin für eine Demo. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.